Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 30. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 861. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Facebook, klagt zurück, WhatsApp, Spotify zahlen, Apple und Kosovo, beziehungsweise Serbien, Teams und Windows 10. Ich beginne gleich mit Facebook, denn eigentlich klagt ja EU gegen Facebook. Und jetzt klagt Facebook zurück gegen die EU. Und weshalb? Ja, quasi aus dem gleichen Thema, Privatsphäre. Laut Zuckerberg und vor allem seinen Anwälten wolle die EU viel zu viele Daten von Facebook haben. So unter anderem alles, was so gewisse Wortkombinationen wie Big Question oder Not Good For Us oder Shutdown integriert haben, möchten sie alle haben. Und Facebook sagt da, ja, das ist ein bisschen, uns ein bisschen zu viele Daten, die ihr da bekommen könntet. Ja, mal schauen, ob Facebook und besser gesagt deren ihre Anwälte eine kleine Hebelwirkung in Richtung der EU haben. Wäre ja lustig, wenn, Schreckstrich, Ironie off, wie auch immer. WhatsApp testet anscheinend wieder mal. Die News, die kommt immer und immer und immer wieder auf und das Verlangen der Nutzer ist riesengroß. Man möchte doch dieses lustige WhatsApp nicht nur auf einem dieser doofen Geräte haben, sondern vielleicht auch auf zwei, drei oder vier. Genau dem soll anscheinend WhatsApp arbeiten, nämlich auf vier Geräten gleichzeitig laufen zu können, ohne dass man sich bei jedem anderen wieder ausloggen müsste. Ich würde es auf jeden Fall begrüssen, auch wenn ich, wie ihr ja sicherlich wisst, hier im Geek Talk, aber auch im Daily Format, den Dienst gar nicht so gerne nutze. Höchstens mal Story-Teilchen reinschubse. Dann gibt es Neuigkeiten von Spotify. Die feiern ja immer, wenn es neue Quartalszahlen gibt und hängen ihre grossen Zahlen raus. Also gut, immer ist übertrieben. Damals, als Apple Music kam, haben sie zu heulen begonnen und meinten, jetzt geht es mit ihnen bergab. Aber wer Apple schon länger ein bisschen beobachtet, weiss, dass wenn Apple irgendwas übernimmt oder einen Dienst auch anbietet, dass dann die anderen rundherum, die Ähnliches angeboten haben, auch stark davon profitieren. Und so ist es eben gerade passiert bei Spotify. Mittlerweile hat man seit dem letzten Bekanntgeben im März 8 Millionen neue Premium Kunden, also 8 Millionen neue zahlende Kunden. Und insgesamt kommt man somit auf 299 Millionen tägliche Nutzer. Monatliche Nutzer? Ich glaube, ja, es waren monatliche Nutzer. Genau, da falle ich nämlich auch darunter, weil einmal im Monat klicke ich irgendwie doch irgendwie schnell mal aus, manchmal auch nur aus nicht wollen, auf dieses Spotify-Symbol. Und dann zähle ich ja schon. Aber ja, gehen wir weiter mit Apple Maps und besser gesagt mit der kosovarischen Aussenministerin, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil ich schon über das Kosovarische gestolpert bin, die nämlich Tim Cook auffordert, dass das seit 2008 mehrheitlich unabhängig erklärte Republik Serbien endlich abgegrenzt wird vom Kosovo oder umgekehrt, besser gesagt. Mittlerweile sind ja unter anderem eben die Staaten, also USA, wie auch die Schweiz und andere Länder, die die Unabhängigkeit akzeptiert haben. Und deshalb möchten sie das jetzt auch in Apple Maps dargestellt haben. Wie sich das entwickelt und wie es weitergeht, da dürfen wir gespannt sein. Es ist Sommer, es kommen viele Nachrichten durch. Vielleicht kommt auch die Auflösung der Nachricht durch, wenn da relativ schnell gehandelt wird und oder der Sommer noch ein bisschen länger dauert. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft, was Teams anbelangt. Teams hat neue Funktionen, neue Besprechungserfahrung aktivieren zum Beispiel. Was es damit auf sich hat und wie man so lustige Köpfe nebeneinander platzieren kann, in der Bar, in der Oper, wo auch immer, das könnt ihr bei uns nachlesen. Auf daily.tiktok.ch, in den Shownotes und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Weiter geht's mit Windows 10. Das darf jetzt das Fünfjährige feiern. Nämlich genau am 29. Juli 2015 ist Windows 10 offiziell erschienen und hat damals Windows 8 Sneave abgelöst. Das, was mich ja wieder zu Windows gebracht hat oder zurückgebracht hat, Windows 8 abgelöst und hat jetzt eine stabile und steile Karriere hinter sich. Wie ich finde, hat sich Microsoft da richtig gut gemacht. Sie mussten logischerweise auch. Windows war ja vor einem Scheiterhaufen, also vor Windows 8. Aber ja, ich glaube, jetzt gibt's Schläge rundherum. Ich höre es schon. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wir hier in der Schweiz gehen steil auf unseren Geburtstag zu. Und ja, alle anderen haben den Tag schön zu durchleben. Zwei Tage geht's noch, dann ist Geburtstag. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.